Salut, ich bin Lili Marie und ich bin hier in der Burg Arena Finkenstein. Das Wetter ist der Hammer. Gerade ist Soundcheck, denn hier wird heute Julian Le Play singen. Und ich darf ihn interviewen und ich bin richtig aufgeregt und gleich geht's los. Also in meinem nächsten Video seht ihr Julian Le Play. Ciao!